Mary Wollstonecraft gilt als eine der Urmütter des englischen Feminismus, als Pionierin der Mädchenbildung, die Kampfschriften, Romane und Reiseliteratur schrieb. Ihr bekanntestes Werk ist A Vindication of the Rights of Women, zu Deutsch Eine Verteidigung der Rechte der Frau, von 1792. Entstanden im Rahmen der Französischen Revolution, die nicht hielt, was sie den Frauen versprach. A Vindication of the Rights of Women machte sie weltberühmt, doch mehr als ihre Kampfschriften stand oft ihr Lebensstil im Fadenkreuz. Mary Wollstonecraft wurde 1759 in London Spitalfields geboren. Einem bescheidenen Viertel, in dem Irenen, Glaubensflüchtlinge und verarmte Weberinnen lebten. Auch Marys Familie war vom Niedergang der Seidenweberei betroffen. Der Vater, Edward Wollstonecraft, verlor seine gutgehende Manufaktur und versuchte sich fortan in der Landwirtschaft oder in spekulativen Geschäften. Erfolglos Die einst wohlhabende irisch-englische Fabrikantenfamilie verarmt und zieht häufig um. Vater Wollstonecraft trinkt, ist je zornig, aufbrausend, seine Launen kaum berechenbar. Er prügelt die Mutter und die Kinder. Zu klein Marys frühesten Erfahrungen gehören Ungerechtigkeit, Willkür und Tyrannei. Ganze Nächte verbringt sie in der Nähe der elterlichen Schlafzimmertür, wenn sie befürchtet, der Vater könnte wieder seine Wut an der Mutter auslassen. Als Kind ist sie zutiefst empört über die ehelichen Machtverhältnisse und schwört sich, niemals zu heiraten. Mary ist die Zweitgeborene. Nach ihr werden noch fünf weitere Geschwister geboren. Die Mutter Elizabeth, geborene Dixon, eine Ihrin, ist ihrem Ehemann gegenüber schwach und unterwürfig. Aber auch sie schlägt die Kinder und ist Mary gegenüber, wie der Vater, lieblos, wofür Mary stets Verständnis findet. Den ältesten Sohn Edward Junior indes verwöhnt und bevorzugt die strenge Mutter. Er wird der nächste Tyrann in der Familie werden. In der Nachbarschaft geht es nicht anders zu. Mary versteckt ihre Verachtung für die als normal geltenden Gewaltverhältnisse nicht. Ihr Hass macht sie zunehmend stärker, so stark, dass sie den Familienmitgliedern zunehmend Respekt abtrotzt. Als Kind ist sie ein Wildfunk. Sogenannte Mädchenspiele spielt sie nicht. Auch aus Äußerlichkeiten macht sie sich lange Zeit nichts. Sie kleidet sich uneitel, läuft etwa mit einer Biberfellmütze rum, so wie der Philosoph Rousseau, dessen moderne Erziehungsvorstellungen populär sind. Ihre Schulbildung endet mit 15 Jahren, was die wissbegierige Mary sehr bedauert. Zeitlebens müht sie sich mit Grammatik und Rechtschreibung ab. Das fehlende Wissen versucht sie sich selbst beizubringen. Die Idee vom sich selbst bildenden Genie ist damals populär. Manchmal ist sie schwermütig. Ihr Traum ist es, eines Tages frei zu sein, frei und unabhängig, und müsste sie dafür auch in äußerster Sparsamkeit leben. Aber einer Frau der englischen Mittelschicht im 18. Jahrhundert stehen nur wenige anständige Berufe zur Wahl. Spitzen- oder Hutmacherin, Gouvernante, Gesellschafterin oder Privatlehrerin. Das war's. Aber der Buchdruck und das Zeitungswesen fangen an zu boomen. Mary sieht ihre Chance. Dort will sie hin. In der Nachbarschaft lernt sie die zwei Jahre ältere Frances Blood, genannt Fanny, kennen. Eine romantische Jung-Mädchen-Freundschaft beginnt. Die empfindsame und talentierte Fanny lebt in ähnlichen Familienverhältnissen, ist aber wesentlich gebildeter, hochmusikalisch, glänzt in Gesellschaft und ist bereits verlobt. Außerdem zeichnet sie so hervorragend und fleißig, dass sie damit entscheidend zum Familieneinkommen beiträgt. Bald bedeutet ihr Fanny die ganze Welt. Und auch mit deren Bruder verbindet sie Freundschaft. Fanny bringt dazu ihr Aufsehenden feinere Umgangsform und besseres Schreiben bei. Mit 19 Jahren findet Mary eine Stelle als Gesellschafterin bei einer verwitweten Lady, die im mondänen Kurbad Bath weilt und wird damit endlich finanziell unabhängig von ihrer Familie. Die ältere Lady, der sie die Zeit vertreiben soll, ist bekannt für ihre Launen und dafür, dass sie ihre Gesellschafterin häufig wechselt. Aber mit der selbstbewussten Mary, die den Laun einer alten Frau durchaus gewachsen ist und Kontra zu geben weiß, ist es anders. Sie bleibt fast zwei Jahre in der eleganten Kurgesellschaft, bis sie die Oberflächlichkeiten und das Nicht-Dazugehören leid ist. Mit 21 Jahren kehrt sie nach London zurück, als ihre Mutter im Sterben liegt. Der Vater ist derweil mit dem Dienstmädchen beschäftigt und Marys großväterliches Erbe hat er auch schon durchgebracht. Mary nimmt es hin. Aber wie soll es weitergehen? Sie, die inzwischen für das Wohlergehen der vielköpfigen Familie einsteht, überredet Fanny, die zwar gesundheitlich etwas angeschlagen ist und die eigentlich auf die Einlösung des Eheversprechens ihres abwesenden Dauerverlobten hofft, 1783 eine Schule mit angeschlossener Pension für Mütter und Töchter zu gründen. Mädchen sollen hier gebildet werden, besser als sie selbst. Als weitere Lehrerinnen werden Marys Schwester Eliza und Everina eingestellt. Am Anfang finden sich nur Schwerschülerinnen, denn die Lehrinhalte und Ziele der neuen Schule stehen im Verdacht allzu neumodisch, ja geradezu radikal zu sein. Und der erste Anlauf scheitert auch. Doch Mary Wollstonecraft sorgt als Schulleiterin und Lehrerin für Disziplin und für sichtbare Lernerfolge. Bald gibt es genügend Anmeldung. Die Schule entwickelt sich gut. Mary Wollstonecraft hat Erfolg und sichert vier Frauen und ihren Familien ein sicheres Einkommen. Eliza, die jüngste Schwester, ist als einzige verheiratet. Sie ist 16 Jahre. Schon bald überfordert sie das Eheleben. Aber sie kann und darf sich ihrem jungen Ehemann nicht entziehen. Eliza verliert immer öfter die Nerven, bekommt Tobsuchtsanfälle und fühlt sich verfolgt, wirkt durcheinander. Als ihr erstes Kind geboren wird, ist sie dem Wahnsinn nahe. Mary, die große Schwester, will ihr helfen, sie aus der Ehe befreien. Aber wie soll das gehen? Eine Scheidung im England des 18. Jahrhunderts war für eine Frau praktisch unmöglich. Dazu war ein Parlamentsakt nötig und der war sehr, sehr teuer. In 200 Jahren wurde der Scheidungsklage von Frauen nur in vier Fällen stattgegeben. Eine Ehefrau war weder geschäfts- noch rechtsfähig. Sie konnte keinen Vertrag unterzeichnen, keinen Besitz erwerben, nicht vor Gericht klagen, sie hatte keinen Zugriff auf das Familienvermögen, nicht mal auf ihre eigene Mitgift. Alles gehörte ihrem Ehemann. Sie hatte nicht mal Rechte an ihren eigenen Kindern. Kam es doch zu einer Scheidung, bedeutete das für eine bürgerliche Frau, dass sie alles einschließlich ihrer Kinder verlor und anschließend gesellschaftlich geächtet wurde. Ehemänner trugen die Verantwortung für den Erhalt der Ehe. Nötigenfalls hatten sie ihre Ehefrauen zu disziplinieren, das heißt, sie waren angehalten, die Ungehorsame zu züchtigen. Denn nicht funktionierende Ehen und Familien bedeuteten nicht funktionierende Gemeinden und bald ein nicht funktionierender Staat. Schlimmstenfalls konnte es in England so weit kommen, wie im sittenlosen Frankreich, wo bereits Tradition und staatliche Ordnung bedroht waren. Deshalb war zur Disziplinierung uneinsichtiger Ehefrauen auch der Einsatz der Peitsche rechtens. Die Peitschenschnur sollte nur nicht stärker als Daumen dick sein. In einer Nacht- und Nebelaktion holte die unbeugsame Mary ihre Schwester Elisa aus dem ehelichen Haus. Das war verboten. Ihnen drohte die Verhaftung. Auch Menschen, die geflohenen Ehefrauen Unterschlupf gewährten, machten sich strafbar. Das Baby musste zurückgelassen werden. Sie fliehen mit einer Kutsche, die mehrmals gewechselt wird. Die aufgelöste Elisa zerbeißt ihren Ehering. Die Flucht gelingt, doch der Preis ist hoch. Das zurückgelassene Baby wird bald sterben. Elisa erholt sich nur sehr langsam und Mary muss die nun gesellschaftlich geächtete Schwester sehr lange versorgen, wie zum größten Teil auch den Rest der Familie. Dann verlässt auch Fanny die Schule. Die inzwischen Lungenkranke heiratet und folgt ihrem Ehemann nach Lissabon. Aber das südliche Klima hilft ihr nicht. Als Fanny auch noch schwanger wird, reist Mary, die von ihrer Freundin auch enttäuscht war, besorgt nach Portugal. 13 Tage auf hoher See, um Fanny bei der Geburt beizustehen. Drei Tage nach Marys Ankunft wird das Kind geboren. Es ist gesund, aber die geschwächte Fanny übersteht die Geburt nicht. Wenige Tage später stirbt sie in den Armen ihrer Freundin aus Kindheitstagen. Die erschütterte Mary wird fortan einen Ring aus Fannys geflochtenem Haar tragen und sie ihr Leben lang vermissen. Kurz vor ihrem frühen eigenen Tod schreibt sie, Immer ergreift mich ein wonniger Schauer, wenn ich mich an Bilder erinnere, sie unvergesslich sind. Oder auch an Blicke, die ich mit jeder Nervenfaser verspürte und denen ich nie wieder begegnen werde. Die Erde hat sich geschlossen über einer lieben Freundin, der Freundin meiner Jugendzeit. Doch sie ist bei mir und ich höre sie mit sanfter Stimme singen, wenn ich durch die Heide wandere. Erst zwei Monate später kehrt Mary Wollstonecraft nach London zurück. Da ist die Schule, die in ihrer Abwesenheit schlecht geführt wurde, so gut wie ruiniert. 1786 muss sie schließen, nach fünf Jahren. Ihre Erfahrung mit der Mädchenbildung schreibt sie auf. Thoughts on the Education of Daughters, so Deutsch, über die Erziehung von Töchtern. Ihre Losung lehrt sie zu denken. Sie wirbt für eine puritanische Erziehung, die auf Schlichtheit, Fleiß und Disziplin baut. Einfache Kleidung, keine Schminke, keine affektierten Sitten, keine billigen Zerstreuung. Streng ausgewählte Geistesnahrung, Arbeit, Bibellesung, auch häusliche Arbeiten dürfen nicht vernachlässigt werden. Am besten wäre es, wenn Mütter ihre Töchter selbst erziehen. Leid bildet den Charakter. Der gemeinsame Unterricht von Mädchen und Jungen ist wünschenswert. Ein ungeheuerlicher Vorschlag zur damaligen Zeit. Mary Wollstonecraft muss ihre Schulden abzahlen. Auch muss sie ihre aussichtslose Schwärmerei für einen etwas zu eleganten Pfarrer verschmerzen. Im fernen Irland nimmt sie darum eine Stelle als Gouvernante an, bei der Familie Kingsborough, beziehungsweise seiner Lordschaft, dem Earl of Kingston, eine der reichsten Familien des Landes. Auf Mitchelstown Castle. Die vornehmen Töchter begegnen Mary Wollstonecraft zunächst feindselig. Doch das ändert sich bald. Denn die englische Gouvernante weist die hochwohlgeborenen Schülerin mit interessanten Geschichten über das, was Mädchen auch können, zu begeistern. Geschichten, die sie praktischerweise zu einem Kinderbuch zusammenfasst. Original Stories from Real Life Darin geht es um eine mütterliche Lehrerin mit modernen Ansichten, Mrs. Mason, die Kinder mit lehrreichen Geschichten inspiriert. Ein Werberoman für bessere Mädchenbildung. Margaret, die ältere der beiden Töchter, die zukünftige Countess Mount Cashel, lobte ihre englische Gouvernante später voller Dankbarkeit. Sie hat mich von allem Aberglauben befreit. Die Mädchen verehren ihre emanzipierte Lehrerin so sehr, dass die Mutter eifersüchtig reagiert und Mary nach einem Jahr kündigt. Die zurückgelassene Margaret wird später heimlich als Mann verkleidet in Jena Medizin studieren, medizinische Bücher schreiben, das Pseudonym Mrs. Mason nutzen und nach Italien ziehen. Ihr Leben lang wird sie mit Mary Wollstonecraft freundschaftlich und beruflich eng verbunden bleiben. Auch Mary bildet sich weiter fort, denn sie hat Größeres im Sinn. Sie lernt Französisch und Deutsch und schreibt eine weitere Geschichte, ein autobiografischer Roman, Mary, a Fiction. Darin arbeitet sie literarisch ihre geistige Emanzipation, ihre Liebe zu Fanny und ihre schwierige Mutterbeziehung auf. Sie erzählt die tragische Geschichte der Hauptfigur nach Höherem und dem Versuch der Selbstermächtigung. Im Roman wird die Hauptfigur Mary von ihrer sterbenden Mutter in eine unglückliche Vernunftsehe getrieben, findet aber Glück in den romantischen Freundschaften zu einer Frau und einem Mann, den sie auf einer Reise kennenlernt. Aber Freundin und Freund sind beide krank und sterben nacheinander. Die Protagonistin geht freiwillig in ihre Ehe zurück, beide Eheleute verhalten sich, wie man es von ihnen erwartet. Innerlich aber gibt die Romanfigur Mary sich auf und sieht ihrem frühen Tod entgegen. Zurück in London sucht die echte Mary selbstbewusst den namhaften Verleger Joseph Johnson auf, der dafür bekannt ist, radikale Schriftsteller zu fördern, die Kritik an Religion und Gesellschaft üben und die aufklärerische Ideen verbreiten. Mary legt ihnen ihre Manuskripte vor. Das Unvorstellbare geschieht. Johnson ist so begeistert, dass er alle drei Frühwerke publiziert, 1787 und 88. Und zwar nicht wie üblich bei Autorinnen der damaligen Zeit unter einem männlichen Pseudonym, sondern unter ihrem echten Namen. Eine Ausnahme macht er ein Jahr später bei einer Prosa-Textsammlung zur Erziehung von Mädchen, The Female Reader. Er ermutigt Mary, weiterzumachen. Der familienlose Verleger Johnson kümmert sich wie ein guter Vater um Mary, nimmt sie für ein paar Wochen auf, besorgt ihr dann eine Wohnung mit Dienstmädchen und bietet ihr an, für seine Zeitung die Analytical Review zu schreiben. Für Mary beginnt nun ein ganz neues Leben. Sie kann aus dem Deutschen übersetzen, etwa Texte des Pädagogen und Philanthropen Christian Gotthilf-Salzmann, der sich später mit der Übersetzung ihrer Texte revanchiert. Oder aus dem französischen Texte des Finanzministers Jacques Necker. Mary Wollstonecraft schreibt Rezensionen und Artikel zu Fragen der Zeit. Eine Frau, die in einer Zeitung für Geld ihre Meinung über Literatur und Politik schreibt? Das ist äußerst ungewöhnlich im 18. Jahrhundert und für nicht wenige eine schockierende Neuheit. Und für Frauen ein unanständiger Beruf. Mary Wollstonecraft aber ist mit 29 Jahren da angekommen, um wo sie hinwollte. Joseph Johnson, ihr Verleger, ist auch bekannt für seine berühmten Dinner-Partys, die er für avantgardistische Künstler und die Londoner Intelligenzia ausrichtet. Mary ist eingeladen, wird freundlich empfangen und aufgenommen. In Johnsons elitären Zirkel trifft sie nun regelmäßig Berühmtheiten und lernt persönlich von den Gelehrtesten aus Politik und Philosophie, wie etwa Thomas Paine, ein Gründervater der Vereinigten Staaten. Sie wird noch vertrauter mit den aufklärerischen Ideen von Voltaire, Locke und Rousseau und erhält so die nötige philosophisch-politische Schützenhilfe für die eigenen emanzipatorischen Vorstellungen und das erlösende Gefühl, dass das, was ihrer Mutter passiert war, nicht unvermeidlich, sondern falsch und unrecht war. Wollstonecraft fühlt sich bestätigt von den maßgebenden Geistesgrößen, die herrschende Ordnung in Frage stellen, die erklären, dass die derzeitige Gesellschaftsordnung mitnichten natürlich sei und die behaupten, dass der Mensch von Natur aus frei ist, mit gleichen Rechten geboren, dass die natürliche menschliche Ordnung Gleichheit sei und die Macht gleich verteilt. Manche Philosophen, wie etwa Condorcet, erklären sogar ausdrücklich, dass das sogar für das Verhältnis von Männern und Frauen gelte. Es müsse ein neuer Gesellschaftsvertrag ausgearbeitet, ja, ein neuer Mensch geschaffen werden, heißt es. Die aufklärerischen Philosophen fordern dazu auf, gar keiner Autorität zu glauben, selber zu denken und sogar die angeblich göttliche Abstammung der Monarchen in Frage zu stellen. Mary nimmt diese explosiven Ideen dankbar auf. Ihre regelmäßigen Besuche des Gottesdienstes stellt sie ein. Sie hat ihre höhere Aufgabe gefunden und beginnt sich selbst in Szene zu setzen. Vielleicht schon mit visionärem Blick auf die Nachirrkommenden in einer fernen, sehr fernen Zukunft. Im Londoner Künstlerkreis verkehrt auch der erfolgreiche Maler John Opie. Er malt Mary Wollstonecraft erstmals 1790. Wollstonecraft präsentiert sich der Welt der Welt auf seinem Gemälde in einer sehr unüblichen Weise. Frauenporträts des 18. Jahrhunderts zeigen in der Regel sanftmütig lächelnde, bescheidene und dekolletierte Frauen mit zarten Blümchen in den Händen. Sie zeigen Frauen verheiratbar. Nicht so dieses Bild. Mary Wollstonecraft lässt sich malen mit kaum gebändigten Haar, entschlossenem Blick, gleichsam eine Art Antifrau und nicht mit Blumen, sondern mit einem Buch in der Hand. Dieses Bild ist eine Ansage. Die aufklärerischen Ideen fielen in ganz Europa auf fruchtbaren Boden. Besonders in Frankreich verliehen Missernten, Hunger und Kälte und ein drohender Staatsbankrott aufgrund der Prasserei des Königs den aufklärerischen Ideen enorme Schubkraft. Bis das Undenkbare tatsächlich geschah. 1789 brach die Französische Revolution aus. Die vermeintliche göttliche Ordnung, die Monarchie, alle Herrschaft und Autoritäten wurden infrage gestellt. Die alte Ordnung gewaltsam niedergerissen, die Herrschenden entmachtet und gefangen genommen. Nichts fürchteten Europas Monarchen mehr, als dass die Revolution auch auf ihre Länder übergreifen würde. In England entbrannte gleich einen gelehrten Streit über das Für und Wider der Französischen Revolution. Der konservative Edmund Burke, Vater des Konservatismus genannt, empörte sich in dem Traktat Reflections on the Revolution in France and on the Proceeding in Certain Societies in London Relative to that Event, zu Deutsch über die Französische Revolution, Betrachtung und Abhandlung gegen die Französischen Revolutionäre von 1790. Burke verurteilt einen pöbelhaften blinden Freiheitsbegriff und vertrat die These einer natürlichen Hierarchie unter den Menschen, der langsam Veränderung gebunden an Tradition und Geschichte, Reformen durch die Eliten, nicht durch den unwissenden Mob. Burke griff insbesondere den Geistlichen Richard Price an, der in der amerikanischen Revolution aktiv gewesen war. Price wolle, so der Vorwurf, den Pesthauch der Revolution nach England tragen. Price, der im Londoner Zirkel des Verlegers Johnson ein- und ausging. Mary Wollstonecraft nahm den Federhandschuh auf. In A Vindication of the Rights of Man in A Letter to the Right Honorable Edmund Burke von 1790, Deutsch Eine Verteidigung der Menschenrechte, stellt sie sich auf die Seite der Revolution und wirft Burke Abneigung gegen die Vernunft und gegen gesellschaftlichen Wandel vor. Außerdem Privilegiensucht und Besitzdenken und argumentiert mit dem Freiheitsbegriff von Locke und Kant. Die englische Geschichte und Tradition hätten bis jetzt Unterdrückung, Tyrannei und Aberglauben hervorgebracht. Fortschritt geschehe immer in gewalttätigen Revolutionen gegen die Mächtigen. Von der Reformation bis zum amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, den er, Burke, ja immerhin selbst unterstützt habe. Sie hält ihm eine ganze Reihe von andauernden Missständen und Reformunwilligkeit der Eliten vor, so beim Erbrecht, dem Eherecht und die Chancen Ungleichheit in der Bildung. Die erste Auflage ihres Pamphlets erscheint noch anonym, ist sofort vergriffen. Drei Wochen später erscheint die zweite Auflage. Diesmal steht ihr voller Name drunter. Mary Wollstonecraft wird mit dieser Schrift gleichsam über Nacht bekannt. Auch andere namhafte Gelehrte und Wortführer des Londoner Kreises widersprechen Burke. Monate später etwa Thomas Payne, der ganz ähnlich wie Wollstonecraft argumentiert. Payne allerdings wird anschließend wegen des Verfassens aufrührerischer Schriften verfolgt und kann in letzter Minute nach Frankreich fliehen, wo er als Held gefeiert wird. Von der englischen Justiz wird Payne in Abwesenheit für vogelfrei erklärt. Doch die Verheißungen der Aufklärung und die Errungenschaften der Französischen Revolution sollten nun doch nicht allen zugute kommen. Spätestens im Jahr 1791 als Olympe de Gouge das Manifest Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin veröffentlicht, wird aller Welt klar, dass die Wortführer der Französischen Revolution, die noch in der großartigen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 verkündet und zugesichert hatten, dass alle Menschen von Geburt an frei und an rechten einander gleich seien, dass sie das gar nicht so gemeint hatten. Denn Frauen, die beim Fortschritt der Revolution zwar eine richtige Rolle spielten, die kämpften, sogar Kampfkräfte anführten und gerne ihr Leben opfern durften für die Revolution, sollten von den revolutionären Errungenschaften in Gänze ausgeschlossen werden. Das steht zwar so nicht explizit drin in der Erklärung der Menschen und Bürgerrechte, verstand sich aber für die Revolutionäre geradezu von selbst. Denn, so hieß es schnell wieder, Menschen und Bürgerrechte für die Frauen wären unnatürlich und staatsgefährdend. Denn Frauen hätten andere Aufgaben. Etwa die Zähmung des Mannes, das Gebären und die Erziehung der Kinder zu Republikanern. Denn Frauen seien zu gefühlsgesteuert, physisch und geistig schwach und viel zu ungebildet, um politische Zusammenhänge zu verstehen und beurteilen zu können. Das sah Mary Wollstonecraft im fernen England erwartungsgemäß ganz anders. Sie ist enttäuscht von der Französischen Revolution. Ein Jahr nach Olympe de Gauches bahnbrechenden Manifests erscheint 1792 in England das Ihre Eivindication of the Rights of Women Deutsch Eine Verteidigung der Rechte der Frau Darin nimmt sie sich die Vorurteile über Frauen vor, die besagen, Frauen seien von Natur aus dümmer als Männer, sie interessierten sich nur für Tand, Kleider und Schundromane und sie seien unehrlich, durchtrieben, Hausdrachen und neigten aufgrund ihres Uterus, altgriechisch Hystera, zum Irresan. Ja, entgegnet Wollstonecraft, diese Vorwürfe treffen zum Teil zu. Sie sind aber lediglich der Unbildung der Frau ihrer Rechtlosigkeit und ihren erstickten Talenten und Kräften geschuldet, denn Frauen werden zum geistlosen Spielzeug der Männer erzogen, zu ihren Hündchen, dressiert sich auf ihr Aussehen zu konzentrieren, ihren Wert auf dem Heiratsmarkt, degradiert zur Ware, zum Ziergegenstand des Hauses, das ein Käfig ist. Die Ursache aller Geisteskrankheiten der Frau ist die Tyrannei des Mannes und ihr Ränkespiel Verteidigung, die notwendige strategische Reaktion auf ihre Unterdrückung. Wollstonecraft attackiert die strengen Verhaltensregeln für Frauen, die Doppelmoral und die Aristokratie. Sie stellt sich gegen die Wortführer ihrer Zeit, besonders gegen Rousseau, der forderte, dass die einzige Ausbildung der Mädchen die zur Freude des Mannes sein dürfe und frohlockt, dass Mädchenbildung am besten Ko-Edukation ganz im Sinne des Staates und der Männer sei. Denn es sind die Mütter, die die Kinder zuerst bilden und gebildete Frauen könnten bessere Gefährten und Ehefrauen sein. Ihr Leitgedanke Bildung, Bildung, Bildung für die Frau Mit diesem Werk, das sie dem französischen Staatsmann Talleyrand Perigord, von dem sie sich Unterstützung in Sachen Mädchenbildung erhofft, widmete, wird Mary Wollstonecraft international berühmt und berüchtigt. Namhafte Zeitgenossen schmähen sie nun als Hyäne im Unterrock, als philosophierende Schlange, Xantippe und Schlimmeres. Mary Wollstonecraft kann das ertragen. Zudem verbittet sie sich die Fräuleinanrede Miss und verlangt mit 33 Jahren als Erwachsene angesprochen zu werden. Talleyrand, aus den Revolutionswirren gerade nach England entkommen, macht ihr seine Auffahrtung. Sie serviert ihm Rotwein in der Teetasse. Auf einer der illustren Dinnerpartys ihres Verlegers lernt Wollstonecraft den exzentrischen Schweizer Maler und Salonlöwen Heinrich Füssli kennen. Sie ist fasziniert von dem charismatischen sogenannten Hofmaler des Teufels, der für seine Albtraumbilder bekannt ist. Sie verehrt ihn, möchte ihm immer nahe sein. Doch er ist verheiratet. Es wird kompliziert. Als Mary seiner Ehefrau reichlich verzweifelt vorschlägt, in aller Unschuld platonisch zu dritt zusammenzuleben, wird sie rausgeschmissen. Füssli bricht die Beziehung ab. Möglicherweise auch, um von dieser Zurückweisung Abstand zu gewinnen, reist Mary Wollstonecraft Ende 1792 nach Paris. Gerade verlassen alle Ausländerinnen und Ausländer Frankreich, insbesondere die Engländerinnen, denn England und Frankreich stehen kurz vor einem Krieg. Mary Wollstonecraft hingegen reist ein. Sie will die französische Revolution mit eigenen Augen erleben und darüber schreiben. Sie ist sozusagen die erste Kriegsberichterstatterin. In Paris schließt sie sich einem Kreis von Engländerinnen und anderen zum Teil berühmten Ausländern an. Sie kleidet sich schlicht aber an Mutiger. In der Stadt herrscht eine angespannte Atmosphäre. Die Trommelschläge der Nationalgarde hallen durch die leeren Straßen. Vor ihrem Hotelzimmer wird Louis Capet ehemaliger König von Frankreich von Gottes Gnaden genannt Louis XVI zu seinem Prozess geführt. Mary Wollstonecraft ist beeindruckt von der würdevollen Haltung des totgeweihten Ex-Königs. Unter den rivalisierenden wortführenden Gruppen der französischen Revolution steht sie den gemäßigten Girondisten nahe, die das Großbürgertum vertreten, die zumindest nicht explizit gegen Bürgerrechte auch für die Frau sind, die den König zwar abgesetzt, aber doch nicht tot sehen wollen. Eine zunehmend gefährlich werdende politische Meinung, denn die radikalen Jakobiner, die offiziell das Kleinbürgertum vertreten, gewinnen an Macht. Sie lehnen das Bürgerrecht für Frauen kategorisch ab, denunzieren und brandmarken die in der Revolution kämpfenden Frauen als Amazonen und wollen den Tod des Königs und alle der Konterrevolution Verdächtigen. Mary Wollstonecraft ist Olympe de Gouges und anderen namhaften Frauen der Französischen Revolution wohl begegnet. Sie hat sich aber deren politischen Frauenclubs, die aller Orten entstanden, nicht angeschlossen. Zu verschieden waren vielleicht auch die Temperamente. Die Koketterie und Freizügigkeit, der zum Teil frivole Lebensstil der Französinnen stießen die puritanische Mary Wollstonecraft ab. Ihre Kirchenfrömmigkeit immerhin verliert sie im revolutionären Frankreich, das sich nicht nur von der Tyrannei der alten Herrscher, sondern auch von der Tyrannei der Kirche und damit vom Christentum insgesamt befreien will. Als Mary Wollstonecraft den amerikanischen Offizier Gilbert Imlay kennenlernt, ein fashionable Beau und Glücksritter, der sich für die Abschaffung der Sklaverei einsetzt, ist es mit Marys Puritanismus vorbei. Sie beginnen eine leidenschaftliche heimliche Affäre. Gilbert teilt Marys Ansichten von Unabhängigkeit, vom Streben der Frauen nach Freiheit, nach Rechten und Bildung. Wie praktisch, dass er auch gegen die Sklaverei der Ehe ist. Im Rausch der Zeit, die alle Fesseln niederreißt, will sich Mary endlich auch nicht mehr an ungerechte Konventionen für Frauen halten. Sie will ihre Überzeugungen leben und sie an der Realität testen. Mary wird schwanger. Sie bleibt in Frankreich und träumt mit ihrem Geliebten von einem Leben mit Kindern auf einer Farm in Amerika. Doch dann hat Gilbert geschäftlich zu tun und muss fort. Gilbert Imlay verdient mit verbotenen Geschäften, Schiebereien und Spekulationen in den Revolutionswirren viel Geld und reist zwischen den Kontinenten hin und her. Mary ist viel allein. Ihr geht das Geld aus. Überweisungen aus England werden aufgrund der angespannten politischen Lage immer schwieriger. Der Ex-König Louis XVI. wird im Januar 1793 schließlich aufs Schafott geführt und guillotiniert. Die europäischen Monarchen waren aufs Äußerste beunruhigt. Königin Marie Antoinettes österreichische Verwandtschaft und das Königtum Preußen griffen das revolutionäre Frankreich als erste an, um die alte Ordnung wiederherzustellen. Als 1793 auch das Königreich Großbritannien angreift, die französischen Häfen blockiert, wird es für Engländerinnen in Frankreich gefährlich. Denen, die es nicht mehr schaffen auszureisen, droht die Verhaftung. Sie stehen im Verdacht des Hochverrats. Viele von Mary Wollstonecrafts Bekannten und Freunden werden verhaftet, auch Thomas Payne. Manche verlieren ihr Leben. Sie versucht in die Schweiz auszureisen, doch es ist bereits zu spät. Im Sommer zieht sie um, ins nahe, weniger gefährliche Neuilly. Gilbert Imlay muss aus Geschäftsgründen nach Le Havre ziehen. Im Oktober 1793 wird die Ex-Königin Marie Antoinette auf Schafott geführt und hingerichtet. Im November trifft es die Frauenrechtlerin und Girondistin Olympe de Gouge. Die Schreckensherrschaft der Jakobiner tobt. Alle 45 Minuten fällt das Beil. Zehntausende fallen dem großen Terror zum Opfer, überall lauert Verrat und Denunziation. Die schwangere Mary Wollstonecraft empört sich lauthals über Grausamkeiten, die sie auf offener Straße zu Gesicht bekommt. So laut, dass Umstehende sie auf die Gefahr aufmerksam machen und sie anflehen, still zu sein und weiter zu eilen. Gilbert kommt zurück. Er besorgt Mary auf der amerikanischen Botschaft amerikanische Papiere. Er gibt sie fälschlich als seine Ehefrau an. Die Papiere geben ihr Schutz, aber sie ist inzwischen so gut wie mittellos. Im Februar 1794 zieht sie für ein halbes Jahr zu ihm nach Le Havre an die Küste. Imlay finanziert nun den Lebensunterhalt seiner schwangeren Geliebten, ist aber zunehmend von ihrer aggressiven und erzieherischen Art genervt. Sie assistiert ihm bei seinen Geschäften, obwohl sie kaum etwas so sehr verabscheut wie Geschäftemacherei und die schmutzige Geldliebe. Imlay reißt wieder ab. Geschäfte. So hat sich Mary das nicht vorgestellt. Sie schimpft, sie nörgelt, sie bettelt, mit dem Ergebnis, dass Imlay sich weiter zurückzieht. Sie schreibt wieder, eine historische und moralische Sicht auf die französische Revolution und ihre Auswirkungen auf Europa. Sie ist allein. Im Mai 1794 bringt sie eine Tochter zur Welt. Sie nennt sich Francis beziehungsweise in der Koseform Fanny. Mary Wollstonecraft wartet auf Gilbert Imlay. Im September 1794 kehrt sie mit dem Baby nach Paris zurück. Imlay hat wegen der Geschäfte inzwischen seinen Wohnsitz nach London verlegt. Sie könne ja nachkommen. Aber Mary zögert. Sie hat sich verändert. Nun weiß sie das Savoir-Vivre und das tolerantere Frankreich zu schätzen. In England wäre sie die ledige Mutter eine gefallene Frau. Trotz Baby will sie sich von Imlay finanziell unabhängig machen. Aber es gelingt ihr nicht mehr. Dann bricht 1794 über Paris der kälteste Winter ein, den die Stadt je erlebt hat. Menschen hungern und erfrieren. Es fehlt an allem. Im April 1795 kehrt Mary nach zweieinhalb Jahren Frankreich Aufenthalt mit ihrem Baby nach London zurück. In der Hoffnung auf einen Neuanfang mit Imlay. Doch im Hafen angekommen bereitet er ihr einen kühlen und verlegenen Empfang. Auch im gemeinsam bezogenen Haus bleibt Gilbert Imlay ihren Schwestern hatte Mary aus Frankreich vom erfolgreichen und liebenden Ehemann geschrieben. Dieses Bild lässt sich nicht mehr aufrecht halten vor der Familie, die auch auf das Geld des reichen Schwiegersohnes gehofft hatte. Die Stimmung in England ist nun eine andere als bei ihrer Abfahrt, selbst in den avantgardistischen Kreisen. Es herrscht Zensur und auch hier droht die Verhaftung. Hier wegen des Verdachts der Befürwortung der französischen Revolution. Ihre freigeistigen Überzeugungen schützen sie nicht vor der Realität, in der sie irgendwie überleben muss. Ein uneheliches Kind bedeutete für eine bürgerliche Frau den sozialen Tod. Mary Wollstonecraft bedient sich der falschen amerikanischen Papiere und gibt vor, mit Imlay, der immer weniger zu Hause ist, verheiratet zu sein. Mary ist verzweifelt. Sie nimmt eine Überdosis Laudanum, ein damals gängiges Opiat, vielleicht auch, um ihn unter Druck zu setzen. Sie wird gefunden. Imlay wird nervös und schlägt ihr einen anspruchsvollen Job vor, den er nur ihr anvertrauen will. Ihm ist im hohen Norden eines seiner Handelsschiffe mit einer Kiste Silber verloren gegangen. Sie soll es für ihn suchen. Er gibt ihr ein Empfehlungsschreiben mit Kapitäne und Gerichte, indem er sie als seine Ehefrau vorstellt. Skandinavien ist Ende des 18. Jahrhunderts touristisch so gut wie gar nicht erschlossen. Gleichsam ein unbekanntes raues Land. Die von ihren Gefühlen zerrissene Mary nimmt seinen Auftrag an und fährt. Wer weiß, vielleicht wird ja doch noch alles gut. Der Auftrag ist ein sehr ungewöhnliches Vorhaben für eine Frau im 18. Jahrhundert. Noch ungewöhnlicher, sie nimmt die einjährige Fanny und ein französisches Kindermädchen mit. Dreieinhalb Monate wird die Fahrt der seltsamen Reisegruppe dauern, auf der Suche nach einer Silberkiste in Schweden, Norwegen und Dänemark, von Hafen zu Hafen und durch endlose unbewohnte Gegenden. Sie wird das Silber nicht finden, aber Ruhe und seelische Heilung in der großartigen Natur Skandinaviens. Die Erhabenheit und Schönheit der Landschaften, die großartigen Fjorde und die Einsamkeit versetzen Mary in eine Stimmung gleichsam mystischer Entrücktheit. Es entsteht eine Briefsammlung aus Reisebeschreibungen voller Empfindsamkeit, die nach ihrer Rückkehr in einem Buch zusammengefasst werden. Ein romantisches, schwermütiges Buch, für das ihr von allen Seiten Lob und Bewunderung zuteil wird und dass sie als Frau etwas rehabilitiert. Ein Kritiker urteilte, vielleicht fand niemals ein Reisebuch, das so unwiderstehlich das Herz ergreift, den Weg in die Öffentlichkeit. Von der gelegentlichen Streng und Schroffheit, die sich in ihrer Verteidigung der Rechte der Frau geltend macht, ist hier nichts zu finden. Wenn je ein Buch geeignet war, einen Mann in die Autorin verliebt zu machen, dann scheint es mir dieses Buch zu sein. Sie spricht von ihrem Kummer in einer Weise, die uns melancholisch stimmt, mit Zärtlichkeit erfüllt. Gleichzeitig zeigt sie einen Geist, der unsere ganze Bewunderung verlangt. Die Reise endet in Hamburg. Für Mary Wollstone Kraft eine Stadt der neureichen Pfeffersäcke, die an nichts als ihren Profit denken und über Leichen gehen. Hier will sie sich mit Imlay wieder treffen. Er kommt nicht. In London muss sie realisieren, dass die Beziehung zu von der Köchin erfährt sie, dass er längst mit einer anderen Frau einer Schauspielerin zusammenlebt. Sie fällt zurück in den Zustand völliger Verzweiflung. Nur wenigen Menschen vertraut sie an, mit Imlay gar nicht verheiratet zu sein. Man wendet sich deswegen von ihr ab. Sie schlägt Imlay vor, freundschaftlich zu dritt, mit dem Baby zusammenzuleben. Imlay und seine Schauspielerin lehnen ab und verlassen die Stadt. Mary Wollstonecraft ist am Ende. Sie lässt sich zu einer entlegenen Brücke rudern und sorgt dafür, dass der Regen ihr Kleid gründlich durchnässt und schwer gemacht hat. Von der Brücke lässt sie sich in die Thämse fallen. In einem letzten Brief hatte sie Imlay angefläht, das gemeinsame Kind in Frankreich bei Freunden aufwachsen zu lassen. Ein Patrouillenbord entdeckt die im kalten Wasser treibende Lebensmüde. Sie wird gerettet. Danach versucht sie wieder zu schreiben, beendet ihre Texte aber nicht. Zum Beispiel das Romanfragment Maria or the Wrongs of Woman, zu Deutsch das Unrecht an den Frauen oder Maria, das als ihr schonungsloses Werk gilt. Darin geht es um eine trennungswillige Frau, die von ihrem Ehemann, der an ihre Erbschaft will und der ihr das Kind wegnimmt, in ein Irrenhaus gesperrt wird, aber durch eine Liebesaffäre zu einem anderen Gefangenen und der Freundschaft zu einer Wächterin überlebt. Mary Wollstonecraft erholt sich. Ihre Überzeugungen sind an der Realität des 18. Jahrhunderts gescheitert. Sie zweifelt, ob sie an ihren Prinzipien festhalten soll. Zum Beispiel der Erziehung ihrer Tochter Ich scheue mich, ihren Geist auszubilden, damit er sie nicht untauglich mache für die Welt, in der sie leben wird. Unglückliche Frauen, welch ein Schicksal ist euch bestimmt. Ein Bekannter, der weiß, dass Marys Kind illegitim ist, erklärt, ihre Ehre retten zu wollen und bedrängt sie, ihn zu heiraten. Aber sie weist seinen Antrag stolz und empört zurück. In meiner ungeschützten Lage lege ich Wert darauf, eine absichtliche Beleidigung nicht zu verzeihen. Und als solches betrachte ich ihr jüngstes aufdringliches Verhalten. Ich bin arm und mittellos, aber mein Geist wird sich niemals beugen. Ich kann alles ertragen, außer den Verlust meiner Selbstachtung. Im Haus ihres Verlegers trifft sie nach langem wieder auf den Anarchisten William Godwin, der Urvater der Anarchie genannt. Ein umschwärmter Hagestolz, schriftstellerisch erfolgreich, aber oft knapp bei Kasse. Seine anarchistischen Überzeugungen von Besitz erlauben ihm außergewöhnliche Freiheiten. Denn seiner Meinung nach hat jeder das Recht auf das, was er benötigt. Wer etwas hat und es nicht braucht, muss es anderen zur Verfügung stellen, die es benötigen. Böse Zungen nennen den stets von Damen umringten einen Schnobber. Mochte er Mary früher wegen ihrer unweiblichen Art nicht leiden, war sie ihm nach der Lektüre ihres Reisebuches sehr sympathisch geworden. Er war es, der sich über ihr Buch in sie verliebte. Die beiden beginnen eine Liebelei. Mary Wollstonecraft ist nun 37 Jahre, für die damalige Zeit fast alt. Sie wird wieder schwanger. Noch ein uneheliches Kind? Das schafft sie nicht. Godwin, der ewige Junggeselle und erklärter Gegner der Ehe, will sie heiraten. In erster Linie um sie und das Kind, das als Bastard angesehen würde, vor Anfeindungen zu schützen. Eine Vernunftsheirat. Als herauskommt, dass Mary gar nicht verheiratet war und die beiden Ehefeinde nun doch heiraten, wenden sich viele Freunde ab. Die einen, weil sie von Marys unehelicher Mutterschaft schockiert und die Vorkämpferin der Freiheit nun doch vor gesellschaftlichen Konventionen einknicken. Mary indes ist erleichtert, sich nicht mehr verstellen zu müssen und hofft wieder auf ein harmonisches Familienleben. Godwin hingegen denkt gar nicht daran, seinen Lebensstil zu ändern. So wird zwar ein gemeinsames Haus bezogen, doch Godwin lebt in seiner Arbeitswohnung und sie kommunizieren freundschaftlich per Brief und Kurznachricht verboten, manchmal mehrere täglich miteinander. Sie führen ein geselliges Leben in London. Kurz vor ihrer Niederkunft lässt Mary sich noch einmal von John Opie malen. Das war bei schwangeren bürgerlichen Frauen üblich, denn die Müttersterblichkeit bei Geburten war sehr hoch und man sorgte vor. Mit einem Bild von der Mutter, mit dem die Familie und besonders das eventuell überlebende Kind später einmal wenigstens ein Bild hätte. Die Fotografie wird erst Jahrzehnte später erfunden und erst viel später massenhaft gebraucht. Die hohe Müttersterblichkeit bei Geburten indes blieb noch weit über 100 Jahre ein großes Problem. Im 19. Jahrhundert wurden solche Gemälde, die sich nur sehr wenige leisten konnten, von der Post-Mortem Fotografie abgelöst. War die Geburt Fennys in Frankreich geradezu leicht verlaufen, gab es diesmal Probleme. Letztlich wird doch ein Arzt ins Haus bestellt. Die Wichtigkeit von sterilen Händen ist den Ärzten damals noch unbekannt. Es kommt zu einer schweren Infektion. Freunde und Bekannte, die Tag und Nacht bei ihr sind, müssen hilflos mit ansehen, wie sich ihr Zustand immer weiter verschlechtert. Nach elf Tagen stirbt Mary Wollstonecraft im Wochenbett. Ihre Tochter überlebt. Sie wird Mary genannt. Godwin wird die kleine Mary zusammen mit ihrer dreijährigen Halbschwester Fanny, die er schlecht behandelt, großziehen. Sein Töchtern ließ er keine bessere Bildung zukommen. Mary Goodwin Wollstonecraft wird es später selbst unter dem Namen Mary Shelley als Schriftstellerin zur Welt rum bringen. Mary Godwin Wollstonecraft Shelley ist die Autorin des Schauerromans Frankenstein. Nach dem Tod Mary Wollstonecraft brachte ihr Witwer William Godwin ihre fragmentarischen Texte heraus und schrieb selbst ein Buch über sie. Das hätte er vielleicht besser lassen sollen, denn es zerstörte ihren Ruf für ein gutes Jahrhundert. Als ganz England durch ihn von Marys Affären ihrer unehelichen Mutterschaft, ihrem illegitimen Kind und ihren Suizidversuchen erfuhr, wurde sie posthum verfehlt. Ihr Werk, das Werk einer Gottlosen, sollte dem Vergessen einheimfallen. Namhafte Zeitgenossen warfen Godwin vor, seiner toten Ehefrau die Kleider runtergerissen zu haben, vielleicht auch, um sich finanziell zu sanieren. In der zeitgenössischen Literatur wurde Mary Wollstonecraft fortan gerne als Negativbeispiel einer Frau präsentiert, insbesondere von den wenigen Schriftstellerinnen damals, möglicherweise im Auftrag, um Frauen eine Lektion in Moral zu erteilen. Die erfolgreiche Jane Austen war eine Ausnahme. Aber ein paar Jahrzehnte später wurde A Vindication of the Rights of Women wieder aufgelegt. Das Werk hatte im 19. Jahrhundert besonders in den USA erheblichen Einfluss auf die dortige starke erste Frauenbewegung. Im 20. Jahrhundert wurden ihre Werke von der zweiten Frauenbewegung erneut wieder entdeckt und in ihrer Gesamtheit wieder aufgelegt. Heute wird Mary Wollstonecraft in Großbritannien und weltweit als Frauenrechtlerin der ersten Stunde verehrt, die den Weg mit freigeräumt hat, für die Frauen, die nach ihr Danke, Mary Wollstonecraft. Frauenbewegung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.